ChatGPT und MidJourney haben unsere Welt im Sturm erobert und verändert. ChatGPT für die Texterstellung und MidJourney als gutes Beispiel für Bildgenerierung. Und das gleiche passiert jetzt auch mit Video. KI-Tools wie Runaway Gen 2 sind gerade rausgekommen und zeigen beeindruckend, was gerade alles möglich ist. Wir können jetzt nämlich, und jetzt halte ich fest, Videos auf Basis eines einzigen Text-Proms erstellen lassen. Wow, habe ich mir gedacht, das muss ich unbedingt ausprobieren. In diesem Video schauen wir uns die brandneue Technologie an und schauen, was hinter dem Hype steckt. Um selber mit dem Tool warm zu werden, habe ich mir gedacht, ich stelle mir eine kleine Challenge und erstelle meinen ersten eigenen Kurzfilm nur mit der Hilfe von KI. Und als ob das nicht schon schwer genug wäre, habe ich noch eine weitere Herausforderung. Ich wollte nämlich gar kein Geld ausgeben. Daher war ich schon von Anfang an sehr limitiert und hatte wirklich nicht viele Prompts, bis mir die Credits ausgehen. Außerdem habe ich selber null Erfahrung mit Text zu Video. Ich habe zwar unzählige Stunden vor ChatGPT verbracht und in MidJourney Gilda generiert, aber ich habe keine Ahnung, wie Runaway funktioniert und wie man jetzt Videos erstellt. Mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Erstmal für alle, die es noch nicht kennen. Was ist Runaway eigentlich? Runaway ist eine All-in-One-Plattform und nutzt künstliche Intelligenz, um Bilder, Videos und Texte zu generieren oder hilft dir auch bestehende Medien zu bearbeiten. Was mir an Runaway besonders gefällt, ist die ziemlich einfache Bedienung und die wirklich breite Palette an Funktionen. Du kannst zum Beispiel ähnlich wie bei MidJourney neue Bilder auf Basis von Text oder anderen Bildern erstellen lassen. Und auch bestehende Bilder bearbeiten, ähnlich wie bei Photoshop, also Hintergründe entfernen und so weiter. Aber besonders abgefahren ist Runaway mit Videobearbeitung. Du kannst hier sogar Hintergründe aus Videos entfernen, du kannst Leute entfernen und, was ich besonders cool finde, super Slow-Mos erstellen, auch wenn die Framerate deines Videos das eigentlich gar nicht hergibt. Mit Runaway Generation 1 können wir bereits Videos generieren. Doch dazu brauchen wir allerdings noch ein Referenzvideo, das wir dann mit einem Prompt in ein neues Video verwandeln können. Aber jetzt gibt es auch noch Gen 2. Mit Gen 2 können wir jetzt Videos auf der Grundlage von nur einem einzigen Textprompt generieren. Wir können auch Referenzbilder hochladen, um der KI zu helfen. Und wie gut das Ganze funktioniert, schauen wir uns jetzt mit meiner Challenge an. Legen wir los! Als erstes musste ich natürlich erstmal Ideen brainstormen, um überhaupt eine Idee für einen Kurzfilm zu haben. Auch dabei habe ich mir von einer KI, nämlich von ChatGPT, helfen lassen. Gib mir ein paar Ideen, habe ich zu ChatGPT gesagt. Und ChatGPT hat mir einige vielversprechende Vorschläge geliefert. Hm, die zeitreisende Uhr. Ein älterer Uhrenmacher entdeckt eine magische Uhr, mit der er durch die Zeit reist und seine verstorbene Frau wieder trifft. Als junge Menschen sind sie für einen Tag wieder vereint und verbringen einen ganzen Tag miteinander. Wie damals. Das klingt spannend. Gekauft. ChatGPT, schreibt mir doch bitte noch das Drehbuch für diesen Titel. Habe ich dann gesagt, also geschrieben und ChatGPT hat dann genau das gemacht. Ach ja, ChatGPT, was für eine hervorragende und billige Arbeitskraft. Ich habe mir dann das Drehbuch als Markdown in meinen Notion kopiert, damit ich eine schöne Übersicht habe. Okay, also die erste Szene startet in Benjamins Werkstatt. Der Uhrenmacher sitzt in seiner Werkstatt und arbeitet. So, und ich weiß, dass es ein paar Tools gibt, die Bilder in Bewegung bringen können. Also dachte ich, spare ich mir für den Anfang erstmal meine ganz wenigen Credits, die ich auf Runaway habe in der kostenlosen Version und entwickle erstmal ein paar Szenen auf Midjourney, quasi um ein Storyboard zu haben, mit dem ich erstmal eine Idee von den Szenen bekomme. Außerdem kann ich dann eben mit ein paar Tools diese Bilder später in Videos umwandeln. Vor allem bei der Szene, in der Benjamin später durch die Zeit reist, kommt der surreale Effekt von diesen KI-Videos sicher super. Also, ich bin in mein vertrautes Midjourney reingegangen und habe angefangen einfach Bilder zu generieren zu den ersten Szenen, die ich in dem Kurzfilm bauen möchte. Ich finde, Benjamin kommt am besten, wenn er nicht wirklich viele Haare hat und eine Brille trägt und wenn er fokussiert in seiner Werkstatt sitzt. Ich habe hier ein paar schöne Bilder mit Benjamin erstellt, wie er genau das tut und diese hier gefallen mir besonders gut. Mit ein paar Variationen sind wir dann bestimmt gut aufgestellt später. Jetzt brauche ich noch eine Nahansicht mit seinen arbeitenden Händen. Als drittes Bild wollte ich den Uhrenmacher zeigen, wie er eine magische Uhr in der Hand hat und sie unglaublich anstarrt. Ich meine, man sieht nicht so oft eine magische Uhr und hat die Gelegenheit mit der rumzuspielen. Benjamin ist kurz vor der Zeitreise. Okay, die Uhr ist zwar nicht ganz magisch, aber nah genug. Danach habe ich die Fotos durch Photoshop gejagt und auch das neue KI-Feature genutzt, um das Bild noch mal ein bisschen zu vergrößern und neue Hintergründe zu generieren. Okay, schauen wir mal, was Runaway Gen 2 jetzt mit meinen Mid-Journey-Bildern macht. Diese kann ich nämlich genau hier hochladen und dann noch mit einem Prompt verfeinern. Und dann habe ich geschaut, was passiert. Wow, also das sieht echt schon ziemlich top aus. Also wow, ziemlich beeindruckend. Das Licht ist klasse. Die Motive sehen super aus. Die Details sind da. Also es ist schon echt krass, was diese Maschine da jetzt schon ausspucken kann. Allerdings ist das Video jetzt nicht so geworden, wie ich es gerne gehabt hätte nach meiner Szene, die ich vorgegeben habe. Schauen wir uns mal den zweiten Versuch an. Ja, auch im zweiten Versuch sieht das Video echt super aus. Ja, eine tolle Belichtung. Liebe zum Detail. Es ist einfach stark. Also wirklich. Doch es hat wieder eine andere Perspektive als meine Vorlage. Schade. Probieren wir noch ein anderes Tool aus, das auch mit Fotos arbeitet. Dieser allerdings morphed. Ich dachte, das könnte perfekt sein in der Szene. Wo Benjamin durch die Uhr von seiner Werkstatt in einen Park transportiert wird und damit auch durch die Zeit reist. Zuerst wollte ich auf Kaiba gehen, denn die machen genau das ziemlich stark, genau was diese Effekte angeht. Allerdings muss ich dafür eine 7-Tage-Testversion starten und dafür auch meine Kreditkarteninformationen eingeben und ein Abo abschließen, das ich innerhalb der 7 Tage beenden müsste, um nicht in das kostenpflichtige Abo zu rutschen. Mir ist schon viel zu oft passiert, dass ich nach so einer Spielerei dann plötzlich mich in einem Jahresabo befunden habe oder in einem Monatsabo und da habe ich einfach keinen Bock drauf gehabt. Mir gefallen solche Sachen einfach nicht und deswegen habe ich mich für Genmo entschieden, welches mir erlaubt, direkt kostenlos ein Foto zu transformieren. Wenn auch mit einem dicken Watermark. Schauen wir mal hier. Ich habe einen einigermaßen coolen, surrealen Effekt bekommen, allerdings ohne die Szene zu verändern. Ist zwar nicht so gut, wie ich es bei Kaiba hinbekommen hätte, aber das passt jetzt erstmal. Jetzt wird es Zeit, mir von Runaway Gen 2 ein Video zu generieren und zwar nur auf Basis eines Prompts. Zuerst wollte ich Benjamin nochmal auf seine magische Uhr schauen lassen. Hier das Ergebnis. Junge Junge, das sieht ja aus wie aus einem Fantasy Film. Oder Sci-Fi. Als Video an und für sich auch wieder sehr stark umgesetzt, dafür dass es komplett aus dem Nichts kommt. Aber leider deckt sich das überhaupt nicht mit meinem Prompt und so kann ich das nicht für meinen Film verwenden. Okay, vielleicht habe ich im Park ja ein bisschen mehr Glück. Ich wollte hier einen jungen Mann sehen, der durch einen Park läuft. Bestenfalls mit Klamotten aus dem 19. Jahrhundert, weil ich dachte, das kommt bestimmt ein bisschen cooler und nostalgischer. Naja, und der erste Benjamin war mir ein bisschen zu jugendlich und zu modern. Und beim zweiten Versuch lief es ein bisschen besser. Der zweite sieht nämlich etwas mehr nach alten Zeiten aus. Allerdings hatte er ein wenig Schwierigkeiten, sich vernünftig anzuziehen. Aber meine Credits wurden langsam wirklich knapp und ich brauchte noch mehr Videos. Es musste also weitergehen. Ich muss sagen, dass viele meiner Ergebnisse nicht wirklich befriedigend waren. Egal, ob ich Bilder von MidJourney als Vorlage verwendet habe oder nur auf Prompts gesetzt habe. Und auch sogar, wenn ich die Seed-Nummer von Videos, die mir gefallen haben, verwendet habe, waren die Ergebnisse ein bisschen funky. Oh, ganz kurz. Seed-Nummer ist wichtig. Wenn du ein Bild oder ein Video generierst, bekommst du eine Nummer, die du später bei weiteren Prompts wieder mit einfügen kannst, um den Stil von diesem davorigen Ergebnis mit einzubringen. An sich eine clevere Idee. Bei mir hat es halt überhaupt nicht funktioniert. Ja, und nach weiteren Versuchen und sinkender Creditszahl stieg meine Frustration immer mehr an. Doch ich wollte die Hoffnung noch nicht aufgeben. Aber es gibt ja noch Runaway Gen 1, dachte ich mir. Dort kann ich ein Video hochladen und die KI verändert mein Video auf Basis meines Prompts. Guck mal, ich habe hier sogar schon ein Video gefunden, das sogar einen Uhrenmacher hat, wo er auch im Close-Up mit der Uhr hantiert. Also kann eigentlich nicht viel schief gehen, oder? Eigentlich wollte ich bei diesem Video jetzt nur noch ein bisschen mehr Magie und Fantasy reinbringen und dann wäre ich auch völlig zufrieden gewesen. Und das Ergebnis war schlechter als das Original und grün. Okay, naja, machen wir mal weiter. Ja, eine weitere Szene war, wie das Ehepaar als junge Menschen durch den Park geht und miteinander redet. Und dazu habe ich auch wieder ein gutes Video als Vorlage gefunden. Und das Ergebnis war dann so... Vielleicht doch nochmal ein Prompt ohne Vorlage? Also, wenn man bedenkt, wie neu die Technologie ist, dann ist das schon echt ziemlich beeindruckend. Man darf halt nicht zu lange auf die Gesichter schauen. Ein bisschen creepy ist das ja schon. Ich meine, was macht der da mit seinen Augen? Ja. Alles klar, ich muss euch an der Stelle leider gestehen, dass mir da dann die Credits auch ausgegangen sind und ich mein Projekt schweren Herzens abbrechen musste. Ich konnte mit meinen Ergebnissen einfach nicht arbeiten und hätte auf jeden Fall noch mehr Credits gebraucht, um einen Kurzfilm zu erstellen. Aber der Selbstversuch war jetzt natürlich nicht völlig umsonst. Denn ein paar Videos sahen wirklich echt gut aus. Das muss man nun wirklich mal sagen. Wenn ich Prompts eingegeben habe, habe ich oft solide Videos bekommen, auch wenn sie nicht immer passend zum Prompt gewesen sind. Also sie sahen gut aus, aber haben nicht unbedingt das abgebildet, so wie ich das wollte. Was letztendlich vielleicht auch ein Problem des Prompts sein kann. Das habe ich zumindest eben schon auch auf MidJourney gelernt. Ein bisschen enttäuscht war ich dagegen von Gen 1, denn da hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet, da wir ja ein Referenzvideo verwenden, um dann ein neues Video zu generieren. Vielleicht habe ich auch da noch nicht die richtigen Einstellungen gefunden. Wie gesagt, durch den Mangel an Credits konnte ich mich da jetzt auch nicht wirklich reinfuchsen. Trotzdem bin ich mit Runaway Gen 1 und 2 definitiv besser geworden. Am Ende bin ich mit den beiden Tools warm geworden und bin mir sicher, dass ich mit einiger Zeit definitiv bessere Ergebnisse erzielen könnte. Naja, also Übungen und den nötigen Credits. Und ich weiß, mein Video hat jetzt hier nicht das beste Ergebnis geliefert. Es gibt auf jeden Fall Leute, die damit schon mehr rumgespielt haben und definitiv coolere Sachen dabei kreiert haben. Zum Beispiel das hier. Auch habe ich wieder mal gemerkt, dass man mit KI nicht einfach so gute Resultate erzielt. Denn obwohl diese Tools bereits schon super gut funktionieren, müssen wir lernen, vernünftige Prompts zu schreiben. Und ich denke, das ist hier mit Runaway einfach nicht anders, wenn nicht sogar noch schlimmer und noch schwieriger. Wenn man an Staple Diffusion denkt, dann musst du extrem detaillierte Prompts eingeben, bis du da vernünftige Ergebnisse bekommst. Und dann funktioniert es auch. Naja, auf jeden Fall schaust du wahrscheinlich das ein oder andere Video bei anderen YouTuber, die KI-Tools vorstellen und zeigen, wie das funktioniert und es immer wie am Schnürchen läuft. Heute hast du mal gesehen, dass es eben nicht immer alles so perfekt funktioniert. Aber ich empfehle dir, dir auf jeden Fall mal Runaway anzuschauen und die kostenlosen Credits aufzubrauchen. Und falls du das tust, dann habe ich hier ein paar Tipps für dich. Wenn du Gen 2 verwendest, dann verzichte auf jeden Fall auf Szenen, wo die Leute, die Protagonisten komplexere Handlungen durchführen. Also zum Beispiel Hände schütteln oder sich hinsetzen oder von einem Raum in den anderen gehen, weil das sorgt für wirklich absolute Chaosbilder, meiner Erfahrung nach. Aber dafür sollte theoretisch Gen 1 eigentlich besser funktionieren. Ich habe bei anderen gesehen, dass es sehr gut funktionieren kann. Wie gesagt, bei mir war das auch eher ein Reinfall. Der zweite Tipp ist, sei clever mit deinen Prompts. Auch wenn du die Bezahlvariante hast, hast du nur eine begrenzte Anzahl von Credits und die gehen schnell weg wie warme Semmeln. Du probierst ein bisschen aus. Du musst lernen, wie Prompting funktioniert. Speziell für Video und zack, sind die ganzen Credits weg. Aber versuch so viel wie möglich darüber nachzudenken, was du da jetzt eigentlich reinschreibst. Ich habe ein paar Mal den Fehler gemacht und gedacht, ich tippe da jetzt einfach mal kurz was rein. Und es war einfach echt ein bescheidenes Ergebnis. Von daher steck einfach ein bisschen mehr Gehirnschmalz rein und erhöhe damit die Wahrscheinlichkeit, dass du bessere Videos bekommst. Und das führt mich zu dem letzten Punkt. Wenn du mit Runaway Gen 1 und 2 noch mehr Zeit verbringen möchtest, dann solltest du überlegen, ein Abo abzuschließen. Abschließend möchte ich noch sagen, dass ich trotz allem extrem überzeugt bin, dass Text-to-Video echt heftig ist und dass es definitiv eine Menge verändern wird. Und das, obwohl alles noch ziemlich in den Kinderschuhen steckt. Und ich bin mir sicher, dass in wenigen Monaten die Sache schon wieder ganz anders aussehen wird. Es ist einfach nur noch eine Frage der Zeit, bis wir ein Prompt eingeben müssen und wir einen ganzen Hollywood-Film ausgespuckt bekommen. Okay, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, aber du weißt, was ich meine. Lange ist es nicht mehr hin, bis wir wirklich fantastische Ergebnisse mit wenig Arbeit erstellen können. Was denkst du denn zum Thema Text-to-Video momentan? Bist du da schon tiefer drin? Hast du da bessere Erfahrungen gesammelt? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Und bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.